Nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschick bereit. Infantrie auf 12 Uhr. Begekehrfeuer eröffnet. Ziel ausgeschaltet. Station voraus. Alle Mann bereit halten. Sieht gut aus. Anton Eintlein Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton Eintlein. Wir mussten gegen eine Flieger, haben Sie keine Schuss. Drücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kertz. Vorrücken. Die Amerikaner laufen davon. Sie haben Ihnen Angst gemacht, hä? Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl. Oberkommando ja, so nein. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Barzinerie anvisieren. Befehl Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Los geht's! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.